Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. In den bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau ist trotz aller politischen Bemühungen ein Durchbruch nicht in Sicht. Der Zustrom von DDR-Flüchtlingen hält unvermindert an. Auf dem Prager Missionsgelände drängen sich nach letzten Meldungen rund 2500 Menschen. Das sind rund 600 mehr als gestern. Die Bundesregierung versucht jetzt wenigstens humanitäre Verbesserungen zu erreichen. In Warschau ist auch heute der Versuch von DDR-Anwalt Vogel ohne große Resonanz geblieben, die DDR-Bürger zur vorläufigen Rückkehr zu bewegen. Immerhin ein Teilerfolg steht am Ende der heutigen Verhandlungen in Warschau zwischen DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel und den Bonner Abgesandten. Etwa 50 Flüchtlinge stiegen am Nachmittag vor der Botschaft in einen Bus mit DDR-Nummern-Schild, der sie erstmal nach Hause zurückbringen wird. Vogel selbst war zugeknöpft, als er die Botschaft verließ. Ich möchte mich nicht aussehen. Das ist alles sehr kompliziert. Verstehen Sie das bitte? Das ist nicht unhöflich, aber ich möchte nichts sagen. Werden Sie noch länger hier in Warschau bleiben? Ich möchte nichts weiter sagen. Dass Vogel wenigstens eine kleine Gruppe von Flüchtlingen zur Rückkehr bewegen konnte, hängt wohl mit der Erweiterung seines Angebots zusammen. Er versprach, dass sie auch ihre in der DDR zurückgebliebenen Familienangehörigen mit in den Westen nehmen könnten. Als Garantie für diese Zusage werteten sie offenbar die Tatsache, dass der Bonner Staatssekretär Priesnitz ihre Personalien genau aufnahm. Damit hat sich die Lage in Warschau zwar etwas entspannt, eine Lösung des Problems ist es aber nicht. Denn noch immer warten in der Botschaft und in anderen Quartieren außerhalb der Stadt über 500 Flüchtlinge, die auf ihre direkte Ausreise in den Westen hoffen. Und auch heute haben sich wieder etwa 20 neue bei der Botschaft gemeldet, darunter ganze Familien mit Kindern, sodass von einem Ende des Flüchtlingsstroms nach Warschau vorläufig wohl nicht die Rede sein kann. Unterdessen verstärken sich die Hinweise, dass Ost-Berlin versucht, den Fluchtweg nach Warschau zu verbauen. Nach Berichten aus dem Grenzgebiet wurden zahlreiche DDR-Bürger festgenommen, als sie ohne die notwendigen Papiere ausreisen wollten. Viele seien dennoch über die grüne Grenze nach Polen gelangt, einige nachdem sie die Flüsse Oder und Neiße durchschwommen hätten. Inzwischen sollen Soldaten der Nationalen Volksarmee für Kontrollen eingesetzt werden. In Prag suchte heute die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Adam Schwetzer, zusammen mit einer Rot-Kreuz-Delegation nach Möglichkeiten, die Unterbringung der Flüchtlinge zu verbessern. Ein Bericht von Walter Tauber. Als die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Irmgard Adam Schwetzer, heute die Bonner Botschaft in Prag besuchte, zeigten die DDR-Flüchtlinge Zuversicht. Doch die Situation ist ernst. Wir haben uns über die Situation in der Botschaft informiert. Die Situation ist ernst, weil der Platz sehr beengt ist. Aber wir versuchen natürlich alles mit dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam, um die Unterbringung so menschenwürdig wie möglich zu machen. Haben Sie schon konkrete Pläne? Es geht hier heute um eine Bestandsaufnahme und es geht darum, welches Material noch notwendig ist, um eine angemessene Unterbringung sicherzustellen. Und das ist dringend nötig. Die Menschen versinken im Schlamm. Das Botschaftsgebäude und die im Garten aufgestellten Zelte reichen nicht mehr aus, um allen Flüchtlingen ein Dach über den Kopf zu bringen. Betten stehen im Freien und nur Plastikplanen schützen die Menschen, die dort schlafen, vor Wind und Regen. Die Kinder haben keinen Platz mehr zum Spielen. Die Flüchtlinge können sich auch kaum mehr waschen, weil die sanitären Anlagen nicht für so viele ausreichen. Der zuständige Arzt hat die weitere Verantwortung für die Gesundheit der 2000 Menschen abgelehnt. Einige Kinder sollen bereits erkrankt sein. Und nichts kann offenbar immer neue Flüchtlinge abhalten, über den Zaun des Botschaftsgeländes zu steigen. Am Straßenrand bleiben die verlassenen Trapis. Auch der Zustrom der DDR-Flüchtlinge über Ungarn hält an. An der bayerischen Grenze wurden vergangene Nacht rund 360 Übersiedler gezählt. Der Bundesgrenzschutz rechnet mit Hunderten von Neuankömmlingen in den nächsten Tagen. Insgesamt sind seit Öffnung der ungarischen Grenze etwa 22.600 DDR-Bürger in den Westen gekommen. Bundesaußenminister Genscher hat am Rande der UN-Vollversammlung in New York seinen Kollegen aus der DDR, Außenminister Fischer, auf die bedrückende Lage der Flüchtlinge in Prag und Warschau hingewiesen und auf eine schnelle Lösung gedrängt. Außerdem habe er Fischer zu Reformen in der DDR aufgefordert. Man sei einander nicht ausgewichen, jeder sei auf die Argumente des anderen eingegangen, sagte Genscher danach. Aus Rücksicht auf die laufenden Bemühungen zwischen Bonn und Ostberlin wollte er aber keine Einzelheiten nennen. Er schließe aber nicht aus, dass man in der Sache vorankommen werde. Eine erhebliche Entlastung von Tieffluglärm soll das neue Konzept bringen, das Verteidigungsminister Stoltenberg heute in Bonn vorgestellt hat. Eine völlige Einstellung der Tiefflüge lehnt er nach wie vor ab. Dies würde nach seinen Worten die Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik infrage stellen. Die SPD und die Grünen kritisierten das Konzept als unbefriedigend. Was Bundesverteidigungsminister Stoltenberg heute Morgen in den Bundesverteidigungsausschuss erbrachte, wurde dort schon seit Monaten mit Spannung erwartet. Das neue Tiefflugkonzept der Luftwaffe. Das Wichtigste, auch in Zukunft wird es Tiefflug geben. Eine völlige Einstellung des Tiefflugs, wie es die sozialdemokratische Opposition jetzt fordert, ist nicht möglich. Eine solche Forderung, eine solche Entscheidung wäre populäre Effekthascherei, die unseren Sicherheitsinteressen fundamental zuwiderläuft. Allerdings soll es zu einer erheblichen Verminderung des Fluglärms kommen. Das soll vor allem durch geringere Fluggeschwindigkeiten erreicht werden. Wenn nur knapp 60 Kilometer in der Stunde langsamer geflogen wird, soll das bereits zu einer Verringerung des Fluglärms um ein Viertel führen. Ein Drittel aller Abfangübungen im Tiefflug soll von 150 auf über 450 Meter angehoben werden. Auch hier nimmt der Lammpegel erheblich ab. In den eigentlichen Tieffluggebieten soll die Flugdauer verkürzt werden. Bisher dauerte ein Einsatz rund eine halbe Stunde. Diese Regelung gilt nicht nur für die deutsche Luftwaffe. Auch die Alliierten wollen sich daran halten. Ein wichtiger Schritt fehlt allerdings noch, die Neueinteilung der Tieffluggebiete. Doch das geht nur mit den Bundesländern und die halten sich noch zurück. Denn eine Umverteilung des Tieffluges würde zwar die besonders betroffenen Länder stärker entlasten, andere dagegen müssten mehr Lärm für ihre Bevölkerung in Kauf nehmen. Verhandlungen darüber sollen in den nächsten Wochen beginnen. Die Opposition ist mit den beschlossenen Maßnahmen nicht zufrieden. Selbstverständlich entspricht es nicht unseren Vorstellungen, nämlich den Tiefflug über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und über bewohnten Gebieten grundsätzlich abzuschaffen. Kritisch über das Tiefflugkonzept äußerte sich auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Wagner. Der CDU-Politiker nannte Stoltenbergs Vorschläge in wichtigen Punkten unbefriedigend. Die Verringerung der Flugstunden sei einfach zu wenig. Offenbar sei die Bereitschaft der westlichen Alliierten zur Zusammenarbeit in dieser Sache nicht ausreichend gewesen. In einer Bundestagsdebatte über die Beschäftigungspolitik kamen heute auch die jüngsten Äußerungen von Wirtschaftsminister Hausmann zur Arbeitszeitverkürzung zur Sprache. Der Minister gab zu verstehen, dass er seine Worte als Aufruf zur Diskussion über das Thema verstanden wissen will. Er war in eines der größten Fettnäpfchen getreten, in das ein Bundeswirtschaftsminister hineinstolpern kann, die Tarifautonomie. Heute sollte abgerechnet werden im Bundestag. Pauschale Arbeitszeitverkürzungen passen nicht mehr in die Landschaft des bevorstehenden europäischen Konkurrenzkampfes. Das hatte Helmut Hausmann auf einem Parteitag der FDP erklärt. Und derart weitreichende Entscheidungen, die den Industriestandort Bundesrepublik gefährden, dürfe man nicht den Tarifparteien allein überlassen. Das gibt der Debatte im Bundestag kurz vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gehörigen Pfeffer. Der Minister beharrt auf seinen Standpunkt, Arbeitszeitverkürzung schafft Arbeitslosigkeit durch Automatisierung. Die Tarifautonomie hat Verfassungsrang. Trotzdem hat sich die Politik auch früher schon eingemischt, wenn es bei Lohnverhandlungen nur um eine Stelle nach dem Komma ging. Diesmal allerdings arg wöhnen die Sozialdemokraten, dass Hausmann und seine FDP daran gehen, die Selbstständigkeit der Tarifparteien zu untergraben. Die Kernfrage ist also noch einmal, ob sie nicht hier, sondern auch vor einem Landesparteitag sagen, und deshalb können nicht Funktionäre der Arbeitgeber und der Gewerkschaften diese Frage im nächsten Jahr allein entscheiden. Ich will wissen, wer denn sonst? Auch die Gewerkschafter in der CDU lassen an der Tarifhoheit nicht rütteln. Aber in der Sache selbst, der Arbeitszeitverkürzung, unterstützen sie den Wirtschaftsminister. Eine 35-Stunden-Woche ist jetzt weder im Interesse der Arbeitslosen noch der Beschäftigten. Denn Wochenarbeitszeitverkürzungen führen zum Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen. Ein erster Wortwechsel nur, der aber in Zukunft harte Auseinandersetzungen erwarten lässt. Auch über die Qualität des Trinkwassers wurde heute im Bundestag gestritten. Von Oktober an gelten IG-weit neue Grenzwerte für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Wasser. Voraussichtlich jedes Fünfte der 6.300 Wasserwerke wird diese Grenzwerte aber nicht einhalten können. Sozialdemokraten und Grüne warfen der Regierung vor, einer schleichenden Vergiftung des Grundwassers tatenlos zugesehen zu haben. Gesundheitsministerin Lehr hielt dem entgegen, das Wasser könne sich durchaus säen und trinken lassen. Gefahr für die Gesundheit bestehe nicht. Blindlings Wasserwerke zu schließen, könne im Übrigen nicht die Lösung sein. Erforderlich sei, die Wasservorkommen zu sanieren. Die Verfassungsänderung in Slowenien, die der jugoslawischen Teilrepublik ein Ausscheren aus dem Staatenbund ermöglicht, ist landesweit auf Widerstand gestoßen. Vor allem in den Teilrepubliken Serbien und Montenegro kam es heute zu Protestdemonstrationen, an denen zum Beispiel in der Ortschaft Novi, nördlich der Hauptstadt Belgrad, 30.000 Menschen teilnahmen. Das jugoslawische Bundesparlament hat beschlossen, den slowenischen Alleingang vom Verfassungsgericht überprüfen zu lassen. Der frühere griechische Ministerpräsident Papandreou und vier seiner Minister müssen sich vor einem Sondergericht verantworten. Um eine Verstrickung der sozialistischen Politiker in den Bestechungsskandal, um den ehemaligen Bankier Koskotas zu klären, stimmte das griechische Parlament in der vergangenen Nacht der Aufhebung ihrer Immunität zu. Papandreou bestritt, von Koskotas Geld erhalten zu haben. Für den Skandal sei er allenfalls politisch, nicht aber strafrechtlich verantwortlich. Bereits vor acht Tagen war die Immunität Papandreou aufgehoben worden, um seine Rolle bei telefonischen Abhöraktionen untersuchen zu lassen. Im amerikanischen Exil auf Hawaii ist der frühere philippinische Präsident Ferdinand Marcos im Alter von 72 Jahren gestorben. Seine Nachfolgerin, Präsidentin Aquino, erklärte, sie werde eine Bestattung des Toten in seiner Heimat nicht zulassen. Ferdinand Marcos geht in die Geschichte ein als Zerstörer der philippinischen Demokratie. Und die ganze Welt erinnert sich an ihn als ein Symbol unkontrollierter Raffgier. Marcos und seine Frau Imelda nutzten 20 Jahre lang die Macht der Präsidentschaft, um ein riesiges privates Vermögen auf die Seite zu schaffen. Die Feten der Familie Marcos zeigten neureiches Gehabe, das den alten reichen Clans des Landes an den Nerv ging. Marcos hatte sie entmachtet. Für Februar 1986 hatte Marcos Neuwahlen ausgerufen. Er brauchte ein frisches Mandat, um der wachsenden internationalen Kritik vor allem aus der Schutzmacht USA zu begegnen. Mit Druck und Schwindel hatte Marcos bis dahin noch alle Wahlen gewonnen. Doch Corazon Aquino, Tochter aus alter Pflanzerfamilie, mobilisierte die Massen gegen ihn. Marcos wurde vertrieben, aber die wiederhergestellte Demokratie blieb formal und die Massen arm. Vor 20 Jahren waren die Philippinen das hoffnungsvollste Land in Südostasien, politisch und wirtschaftlich. Heute bilden sie das Schlusslicht der ganzen Region. Dank Ferdinand Marcos. 25. Februar 1986, Marcos letzter Auftritt. Danach flog er ins Exil. Die philippinische Demokratie wurde wieder zur Spielwiese der alten Eliten, denn 20 Jahre lang hatte Marcos jede Entwicklung verhindert. In der Bundesrepublik werden wieder mehr Kinder geboren, die Bevölkerungszahl wächst und auch die Lebenserwartung steigt. Dass die Deutschen doch nicht aussterben, belegt das statistische Jahrbuch 89, das heute in Bonn vorgestellt wurde. Die wachsende Liebe zum Baby ergab 1988 insgesamt 677 300 Geburten. Die höchste Zahl seit 16 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 35.250 mehr. Und der Trend hält an. Nach Angaben der Statistiker ist auch im ersten Halbjahr 89 die Zahl der Geburten abermals leicht gestiegen. Ost-Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 29. September. Ein umfangreiches Wolkengebiet über dem östlichen Mitteleuropa und dem Balkan reicht ins südöstliche Deutschland. Ein dünnes Wolkenband erstreckt sich von der Ostsee über das nordwestliche Deutschland nach Südwesten. Es verlagerte sich nur langsam südostwärts. Der zugehörige Tiefausläufer überquert bis morgen früh unter weiterer Abschwächung ohne große Wetterwirksamkeit ganz Deutschland südostwärts. Dahinter fließt an der Ostseite des kräftigen Hochs bei den britischen Inseln mit einer nördlichen Strömung kühle Meeresluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage für morgen. Im Südosten bedeckt und noch zeitweise Regen, oberhalb etwa 1500 Meter Schnee. Sonst in den Früh- und Vormittagsstunden gebietsweise Nebel, nach dessen Auflösung teils heiter, teils stark bewölkt, aber im Wesentlichen niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 7 bis 12 bei längerem Aufklaren um 5 Grad. Höchstwerte 11 bis 16 im Südosten nur um 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. Die weiteren Aussichten am Samstag wenig Änderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin, gespannte Lage, wie geht's weiter mit den DDR-Flüchtlingen in Prag? Und, unsicherer Frieden, eine Reportage aus dem zerbombten Beirut. Das ist ein, was wir sehen, wie geht's weiter mit den DDR-Flüchtlingen in Prag?